So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go, denn es sind schon wieder News da, so viele News, ich blick schon wieder gar nicht durch. Die neue Season wurde angekündigt, alles zum neuen Go-Kampf-Liga-Update ist da, das allererste Event in der neuen Season wurde angekündigt, das im Prinzip zweite Event in der neuen Season wurde aber auch angekündigt. Eigentlich ist heute Mittwoch, eigentlich wäre heute Raid am Mittwoch am Start, ich habe auch schon abgescreent, aber ich möchte jetzt erstmal die News aufarbeiten, wahrscheinlich in zwei Videos getrennt und dann kommt Raid am Mittwoch, am Donnerstag wieder am Freitag, wie letzte Woche, dann ist ja wenigstens wieder eine Woche dazwischen gewesen, so. Ihr seht hier Neuigkeiten, da ziehe ich ja immer meine Sachen raus, das letzte, was ich hatte, worum ich mich gekümmert habe, war ja hier der Community Day mit Galabonita. Ja, drüber sind jetzt drei Sachen, wenn man hier mal guckt, gibt es in der Season-Seite einen riesengroßen Artikel zur neuen Season, machen wir aber in einem Extra-Video. GBL, alles was da, die ganzen Cups, das ganze Zeug, was da so ansteht, Go-Kampf-Wochenende und hin und her, mach mal in einem Extra-Video. Das Debüt von Döner-Max, Pokémon aus Döner-Kämpfen, wird Döner-Tastisch, mach mal in einem Extra-Video, weil das kommt erst als zweites Event und erstmal kommt ja das erste Event. Außerdem steht hier nicht viel, deswegen mach ich das alles, worum es gerade ging, in einem Video, morgen und heute geht es um Go aufs Ganze mit Pokémon aus der Gala-Region. Das ist das erste Event in der neuen Max-Out-Season, die einfach einen coolen Namen hat, erinnert mich an Max-Out-Monday, wo ich immer auf Zuschauerwünsche reagiert habe, um Pokémon zu maxen ans Maximallevel auf Level 50. Das waren Zeiten, das war cool, die Nase läuft, es ist so abberstig hier, ich kann auch gar keine Tastings machen momentan, aber haben ja zum Glück noch 200 Videos rumliegen, die ich raushauen kann. Wir sehen jetzt hier vier neue Pokémon und das ist eine ganze Masse, denn die Pokémon haben auch alle zwei Entwicklungsstufen und das kommt alles mit einmal ins Spiel und macht einfach Bock. Ich würde von Haus aus keinen einzigsten Namen kennen, ich weiß aber in der Gala-Region, wir haben irgendwo mal was gespielt, habe ich mich dann für den Hasen entschieden als Starter und fand den cool, weil ich gefühlt dann immer irgendwie so ein bisschen auf Feuer-Pokémon gegangen bin in den anderen Spielen, weil die brennen einfach. Ich esse gerne Schaf, Samyang, alles hin und her, Feuerriegel fand ich immer cool und hier eine brennende Hase, der noch Fußball spielt. Das fand ich cool, das hat mir gefallen. Go aufs Ganze mit Pokémon aus der Gala-Region. Das ist ein Event, was am Dienstag, den 3. September startet und bis zum 10. September läuft. Anders als sonst startet die neue Season auch nicht am 1., sondern am 3. Also am 3. September geht die neue Season los und am 3. September, 10 Uhr, beginnt auch das erste Event Go aufs Ganze. Läuft also eine Woche, Dienstag bis Dienstag, auch wieder bis 10 Uhr am 10. September. Hier stehen die Pokémon-Debüts dabei aus der Gala-Region. Chimpep mit wahrscheinlich den Entwicklungsstufen. Chimsticks und Gortrom, da sind Namen dabei, da ist der Hate schon wieder am Anflattern. Wir haben Hopplo, wir haben Kikalo, wir haben Libello. Das klingt ja cool, weil überall Steve-O am Ende steht. Dann haben wir, jetzt wird es kompliziert, Memeion, Fleckleon und Inteleon. Da weiß ich, wieso ich Hopplo, Kikalo und Libello am besten finde. Und das letzte, das ist auch irgendwie so eine Grolldra, Phandra. Das ist wie, wenn man Sandra sagt. Sandra, aber man hat irgendwie gerade was im Mund. Phandra und Katapultra. Das ist cool, Katapult. Das ist also das Ding hier in der Mitte. Das andere sind ja die drei Starter und hier ist noch was Kleines. Das sieht klein und unscheinbar aus, aber ist das stark? Ist das cool? Ist das das neue Kaumala? Ist das das neue Lavita? Ist das das neue, ich habe keine Ahnung. Ihr kennt das Pokémon, ich kenne das Pokémon nicht. Aber es wird jetzt hier einfach mit eingeführt. Da bin ich gespannt. Die sind dann natürlich alle am Start. Trainer im Vereinten Königreich, also UK, haben außerdem zum ersten Mal in Pokémon Go die Chance, Humanolith zu begegnen. In Raids, Wild, Humanolith, ist also wieder ein neues regionales Pokémon. In der UK, das ist auch cool. Welche Pokémon gibt es denn jetzt aber Wild in dem Event? Zum Glück haben wir die drei Starter in der Wildnis mit etwas Glück. Auch Grolldra, also der wird das seltenste von den drei sein. Und wenn das das selten ist, denke ich mir dann, muss der ja was können. Oder ist das egal? Auf jeden Fall musst du ja alle drei fangen, musst du mal entwickeln, musst du ja eigentlich mal männlich, musst du mal weiblich, musst du mal hier Lucky und so. Wenn du das alles sammelst, musst du das alles durchmachen. Dann haben wir Raffel und Wolli. Die sind wild, die können Shiny sein. Das müsste auch das erste Mal sein, dass sie Shiny sein können. Lasst mich überlegen. Raffel, das Eichhörnchen, Wolli, das Schaf, müssten... Gibt es Wolli überhaupt schon im Spiel? Gibt es Raffel im Spiel? Ja, ich glaube, die beiden gibt es, aber die werden jetzt Shiny eingeführt. Ich habe Kopfschmerzen, das ist die kleine Ausrede, die man jetzt nutzt. Mein Kopf, die Nase, alles, bam. Aber ich versuche hier durch zu wusten. Es sind also auf jeden Fall viele abwechslungsreiche Spawns in der Wildnis, nachdem jetzt im letzten Event irgendwie gar keine Wildnis-Spawns angekündigt waren. Man sich nur auf diese Forschungen konzentrieren sollte. Haben wir jetzt gleich vier neue Pokémon und zwei neue Shinies. Das scheint auf jeden Fall richtig fett zu sein. Spezialforschung Döner Maximum. Ihr könnt jetzt korrigieren und sagen, das heißt aber Deiner von Dynamo Dresden. Das ist Deiner, Döner, aber ich sage immer Döner, das klingt lustiger. Wählt euer Galapartner Pokémon. Eine neue verzweigte Spezialforschung ist für alle Trainer verfügbar. Das ist auch für die Season, dass eben da so eine besondere Forschung ist, die über die Season wieder verteilt ist. Während der Jahreszeit Döner Maximum erreichen die Abenteuer mit eurem gewählten Partner Pokémon und ungeahnte Ausmaße. Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, erhält euer Postkartenbuch. Ein Hintergrund im Stil eures gewählten Partner Pokémon. Also wenn es die drei Starter sind, dann nehme ich auf jeden Fall den brennenden Hasen. Diese Spezialforschung könnt ihr von Dienstag, den 3. September 10 Uhr, bis Freitag, den 3. Dezember kostenlos abholen. Also innerhalb von drei Monaten müsst ihr euch nur mal in das Spiel einloggen, dann kriegt ihr die. Weil es eine Spezialforschung ist, habt ihr ja unendlich Zeit. Aber besser ist es, man löst die Sachen immer in dem Moment, wo die aktuell sind, weil das mit den Spawns und dem ganzen Zeug besser passt. Wir haben natürlich auch Pokémon-Eier. Aus den 5km-Eiern schlüpfen eben die Starter und mehr. In den 7km-Eiern, die für mich ja unerreichbar sind, haben wir Galamauzi, Bonita, Fleckmon, Borenda, Zickzacks, Flampion, Makabaya, Flunschlik. Ist auch interessant, weil man die ja sonst nicht so oft sieht, aber in den Eiern ist es wieder ein bisschen knifflig. Und im 10km-Ei wird nicht der Starter, sondern der Grolldra reingepackt. Also ein grolliger Drache. Drah, das ist bestimmt ein Drachen-Pokémon. Event, Boni, doppelte Fang-EP, doppelte Entwicklungs-EP. Es gibt bestimmte Feldforschungen, da kriegt ihr auch die Starter raus. So wie Ruffle und Volley, die neu als Shiny sind. Es gibt Sammler-Herausforderungen, wo man am Ende auch Pokémon aus der Galar-Region kriegt. Staub, EP und weitere Volleyes. Also sie machen auch ein Hauptaugenmerk auf das Schäfchen in der Sammler-Herausforderung. Pokestorm-Showcases gibt es mit Pokémon aus der Galar-Region. Dann ist der Artikel zu Ende bei den Showcases. Jetzt, wer es noch nicht gesehen hat. Normalerweise waren die Showcases ja immer so, wenn mal ein Event war, gab es ein Showcase dazu. Manchmal liefen Showcases eine Woche, manchmal liefen Showcases nur einen einzigen Tag. Manchmal liefen drei Tage, manchmal fünf Tage. Die kamen mal am Montag, die kamen mal am Mittwoch, die kamen mal am Donnerstag. Immer anders. Jetzt gab es eine Regel dafür, dass Showcases immer von Samstag auf Sonntag stattfinden. 20 Uhr wird dann abgeholt. Und dann von Montag auf Dienstag. Und 20 Uhr wird dann abgeholt. Egal welches Event war, egal was los war. Es war komplett egal, weil immer Samstag, Sonntag ein Showcase in dem Zeitraum. Und dann Montag auf Dienstag einer war. Heute ist Mittwoch. Und es gibt einen neuen Showcase, der bis Donnerstag läuft. Falls euch das noch nicht auf dem Schirm aufgetaucht ist. Es gibt ein Eis-Pokémon-Showcase von Mittwoch auf Donnerstag. Liegt das an dem Event, was gerade noch läuft? Und was hat das mit den Boni zu tun? Ist das was Besonderes? Oder machen die jetzt wirklich immer im Zweitagesrhythmus ihre Showcases? Wer mehr dazu weiß, schreibt es in die Kommentare. Ich finde das auf jeden Fall ganz cool. Bin mal gespannt, wie sie das machen mit den Döner-Maxen. Wie die da reinkommen, was du da machen musst. Ob man da Bock drauf hat. Dann neue Pokémon sind immer gut. Neue Shinies auch. Und ja. Die News für den September. Was da auch in die Raids kommt, muss ja auch noch kommen. Aber das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann in Peace out 4 und euer Ramses. Und worauf freut ihr euch am meisten? Schreibt es rein. Und ist dieser Grolldra gut oder schlecht? Schreibt es rein. Belehrt mich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.